Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mit Sitz in Darmstadt ist eine von 20 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland und Mitglied der Konferenz der Kirchen am Rhein. Wie alle Landeskirchen ist sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Kirche hat ca. 1,69 Millionen Gemeindeglieder in 1168 Kirchengemeinden und ist eine der unierten Kirchen innerhalb der EKD. Die EKHN hatte bis 2010 mit dem leitenden Geistlichen Amt ein kollegiales Bischofsamt. Es wurde durch eine Änderung der Kirchenordnung mit der Allgemeinkirchenleitung vereinigt. Es gibt keine Hauptkirchen der EKHN. Wichtige Predigtstätten sind jedoch U. A. Die Pauluskirche in Darmstadt, die Katharina Kirche in Frankfurt am Main, die Marktkirche in Wiesbaden und die Christuskirche in Mainz. Die Landeskirche unterhält U. A. Die Evangelische Akademie Frankfurt gemeinsam mit dem Evangelischen Regionalverband Frankfurt und das Theologische Seminar in Herborn. Gebiet der Landeskirche Das Gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau umfasst im Wesentlichen den südlichen Teil des heutigen Landes Hessen. Die ehemaligen Regierungsbezirke Rheinhessen und Montabauer des Landes Rheinland-Pfalz sowie einige Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Es entstand aus dem ehemaligen Volksstaat Hessen sowie dem Regierungsbezirk Wiesbaden der preußischen Provinz Hessen-Nassau. Der ursprünglich aus dem ehemaligen Herzogtum Nassau, der ehemaligen freien Stadt Frankfurt am Main und der Landgrafschaft Hessen-Homburg gebildet worden war. Bekenntnis Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau bezeugt ihren Glauben durch die altkirchlichen Bekenntnisse und die Augsburgische Konfession. Unbeschadet der in den einzelnen Gemeinden geltenden lutherischen, reformierten und unierten Bekenntnisschriften. Sie bekennt sich zu der theologischen Erklärung von Barmen. Die Landeskirche fasst Gebiete zusammen, in denen die Reformation nach unterschiedlichen Bekenntnissen eingeführt wurde. Während dies in der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt unter Einfluss von Martin Luther und Philipp Melanchthon geschah, haben sich die nassauischen Territorien und einige andere eher an Ulrich Zwingli und Johannes Calvin orientiert. Diese unterschiedlichen Traditionen und die im Herzogtum Nassau vollzogene Union sind erhalten geblieben, als sich lutherische, reformierte und unierte Gemeinden in der EKHN zu einer Kirche zusammenfanden. Geschichte Gründung der gemeinsamen Kirche seit 1926 war in der Marburger Konferenz über einen Zusammenschluss von fünf Landeskirchen beraten worden. Der Evangelischen Landeskirche in Hessen-Kassel, der Evangelischen Landeskirche in Hessen, der Evangelischen Landeskirche Frankfurt am Main, der Evangelischen Landeskirche in Nassau sowie der Evangelischen Landeskirche in Waldeck. 1932 hatte die Marburger Konferenz einen Plan zur Vereinigung der fünf Kirchen vorgelegt. Durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten und die daraus folgenden kirchenpolitischen Verwerfungen wurde dieser Plan aber nie umgesetzt. Stattdessen beschlossen am 12. September 1933 getrennt tagende Synoden der drei südlichen Kirchen einen Zusammenschluss ohne Hessen, Kassel und Waldeck und gaben sich eine vom Führerprinzip geprägte Kirchenverfassung. Die Vereinigte Landeskirche hatte den Namen Evangelische Landeskirche Nassau-Hessen. Die erste gemeinsame Synode der neuen Landeskirche fand am 28. November 1933 in Mainz statt. Am 6. Februar 1934 berief Reichsbischof Müller mit Ernst Ludwig Dietrich einen Vertreter der deutschen Christen zum ersten Landesbischof. Mit Kirchengesetz vom 10. Februar 1934 führte die Landeskirche den sogenannten Arie-Paragrafen ein. Mit dem Menschen jüdischer Abstammung vom Pfarramt und der Beamtenlaufbahn in der Kirchenverwaltung ausgeschlossen wurden. Mit einem weiteren Kirchengesetz gleichen Datums wurden fünf Probsteilbezirke eingerichtet. Nassau, Frankfurt am Main, Oberhessen, Starkenburg und Rheinhessen Oberhessen, Starkenburg und Rheinhessen waren bis dahin Superintendenturen gewesen. Die aus den Landeskirchen Hessen-Darmstadt und Nassau überkommene mittlere Ebene der Dekanate wurde beibehalten. Im April wurden die dann 39 Dekanate neu gegliedert. Gegen den nach dem Führerprinzip handelnden Landesbischof regte sich bald Widerstand. Obwohl Ernst Ludwig Dietrich bis 1945 im Amt blieb, wurde er de facto entmachtet. Die Geschäfte der Landeskirche wurden von 1935 bis 1937 durch einen Landeskirchenrat unter Vorsitz von Rudolf Zinkraff wahrgenommen. 1937 bis 1945 wurde Hessen-Nassau durch den der NS-Ideologie zuverlässigen Paul Kipper als Präsident des Landeskirchenamtes geleitet. Der vom Reichskirchenminister die alleinige Vollmacht zur Leitung der Kirche erhalten hatte. Aus dem Gesetz- und Verordnungsblatt dieser Kirche stammt eine offizielle Aussage zu den Juden und ihrer laufenden Verfolgung. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs herrschte Unsicherheit darüber, ob die Fusion der drei Kirchen fortbestehe. Obwohl der Wille dazu bestand, bildeten die drei Landeskirchen zunächst drei getrennte vorläufige Kirchenleitungen. Rechtssicherheit stellte dann der Beschluss einer gemeinsamen Synode am 30. September 1947 in Friedberg her. Der Kirchentag ist gleich Synode, bestätigt den Zusammenschluss. Kirchlich und rechtlich. Die Kirche trägt den Namen Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Damit trat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau in die Rechtsnachfolge der 1933 gegründeten Evangelischen Landeskirche Nassau-Hessen. Landesbischof 1934 bis 1945 L.I.C. Ernst Ludwig Dietrich Landesbischof als Vorsitzender des Landeskirchenrates 1945 bis 1947 August Kortheuer, Vorsitzender der vorläufigen Leitung der Evangelischen Kirche Nassau-Hessen. Im Folgenden wird auf die ältere Geschichte der drei fusionierten Landeskirchen näher eingegangen. Evangelische Landeskirche in Hessen Die Geschichte der Evangelischen Landeskirche in Hessen ist untrennbar mit der Geschichte der Landgrafschaft Hessen und Nachteilung des Landes 1567 mit der Geschichte der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt verbunden. Die Landgrafschaft Hessen führte unter dem Landgrafen Philipp dem Großmütigen der Reformation nach Vorbild Martin Luthers ein. Bei den weiteren kirchenpolitischen Maßnahmen des Landgrafen stand jedoch im Besonderen Martin Busser Pate, der zwischen der Schweizer und der Wittenberger Reformation zu vermitteln suchte. Wie sehr Philipp von Hessen dieses Anliegen unterstützte, zeigt sich in den von ihm organisierten Marburger Abendmahlsgespräch zwischen Luther und Zwingli. Das Interesse des Landgrafen an einer Verständigung zwischen der Wittenberger und der Schweizer Reformation hatte dabei auch politische Gründe. Wollte er doch einen starken militärischen Zusammenschluss der Protestanten unter Einschluss der Oberdeutschen bzw. Schweizer erreichen. Durch seine von Luther in einem geheimen Beichtrat gebilligte Doppel-Lehe stürzte Philipp von Hessen die Reformation weit über Hessen hinaus in eine schwere Krise. Mit der Rückkehr des Landgrafen aus seiner fünfjähriger Gefangenschaft und dem Augsburger Religionsfrieden wurde die Reformation in Hessen Endgültig stabilisiert. Nach dem Tod Philipp von Hessens wurde die Landgrafschaft geteilt. Obwohl sich die hessischen Kirchen 1574 noch eine gemeinsame Kirchenordnung gaben, entwickelten sie sich in der Folgezeit auseinander. In Hessen-Kassel nahmen unter Einfluss des Herrscherhauses etliche Gemeinden das reformierte Bekenntnis an an der Universität Marburg wurde reformiert gelehrt. Als Reaktion auf diese Entwicklung gründete Hessen-Darmstadt 1607 die Lutherische Universität Gießen, die fortan als Landesuniversität fungierte. Hessen-Darmstadt und insbesondere die Universität Gießen entwickelte sich in der Folgezeit zu Hochburgen der Lutherischen Orthodoxie. 1668 wurde eine kirchliche Verwaltungsbehörde, das Konsistorium mit Sitz in Darmstadt, gegründet. 1806 geriet die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt unter napoleonischen Einfluss und wurde in ein Großherzogtum umgewandelt, das dem Rheinbund beitrat. Nach der Niederlage Napoleons wurde das Großherzogtum um die Provinz Rheinhessen erweitert, in der es etliche reformierte Gemeinden gab. Die auch im Großherzogtum Hessen gegebenen Bemühungen, anlässlich des 300-jährigen Reformationsjubiläums 1817 eine Union zwischen Lutheranern und Reformierten zu bilden, hatten trotz mangelnder Unterstützung durch den Großherzog gewisse Erfolge, insbesondere in Rheinhessen. Außerhalb Rheinhessens gaben sich einzelne Gemeinden ein Unionsbekenntnis, andere bleiben lutherisch oder reformiert. 1832 wurde zwar für alle Gemeinden ein gemeinsames Oberkonsistorium in Darmstadt gebildet, das aber lediglich die organisatorische Einheit der Konfessionen brachte. In der Folge der 1848er Bewegung erhielt die Landeskirche 1874 eine Verfassung mit presbyterial-synodalen Elementen nach dem Vorbild der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung von 1835. Auf Gemeindeebene wurden Gemeindevertretungen und Kirchenvorstände eingerichtet, auf Dekanats-Ebene Dekanats-Synoden. Die Landessynode übte die kirchliche Gesetzgebung in Gemeinschaft mit dem Landesherrn aus der Summus Episkopus blieb. Nach dem Wegfall des landesherrlichen Kirchenregiments wurde die Verfassung entsprechend angepasst, die landesherrliche Kirchengewalt ging nun auf. Die Synode über Der geistliche Leiter der Landeskirche trug den Titel Prelat, die drei Superintendenturen in Darmstadt, Mainz und Gießen bestanden fort. 1933 wurde die Evangelische Landeskirche in Hessen dann mit den beiden anderen Kirchen vereinigt. Evangelische Landeskirche in Nassau Die Geschichte der Evangelischen Landeskirche in Nassau ist untrennbar mit derjenigen des Herzogtums Nassau bzw. seiner Vorläufer-Territorien. Die Herrscher der verschiedenen nassauischen Territorien gingen zur Reformation über und gestalteten die jeweiligen Kirchen nach 1529 entsprechend. Um, unter Graf Johann V. I. wurde in Nassau-Dillenburg das reformierte Bekenntnis eingeführt. 1584 gründete Johann V. I. die Hohe Schule in Herborn, die zu einer der wichtigsten Ausbildungsstätten reformierter Theologen und zu einem Ausstrahlungspunkt reformierter Theologie wurde. Der Reichsdeputationshauptschluss und die nach napoleonische Neuordnung der deutschen Territorien führte Nassau-Dillenburg, Nassau-Weilburg und weitere Gebiete zum Herzogtum Nassau zusammen. Dessen Einwohnerschaft nun neben einem beträchtlichen katholischen Anteil zu etwa gleichen Teilen aus lutherischen und reformierten Protestanten bestand. In Nassau entfaltete der Gedanke einer Vereinigung der beiden evangelischen Konfessionen aus Anlass des 300-jährigen Reformationsjubiläums 1817. Besondere Kraft Auf einer Synode am 5. August 1817 in Edstein wurde einstimmig die Vereinigung beider Konfessionen zu einer evangelisch-christlichen Kirche beschlossen und am 11. August 1817 durch herzogliches Edikt angeordnet. Damit ist die Union von Nassau die erste Union in Deutschland. Anders als die durch den Landesherrn durchgesetzte Preußische Union war die Nassauer Union unter breiter Beteiligung der Geistlichkeit im Konsens-Zustande gekommen und führte daher auch nicht zu Separationen unzufriedener Gemeinden. Die geistliche Leitung der unierten Kirche nahmen zunächst die im Amt verbliebenen General-Superrintendenten Friedrich Giese und Georg Emanuel Christian Theodor Müller gemeinsam wahr. Als Giese 1827 sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, wurde Müller alleiniger evangelischer Landesbischof von Nassau. Im Jahre 1866 wurde das Herzogtum Nassau von Preußen annektiert. Die Nassauische Kirche wurde aber nicht in die Kirche der Altpreußischen Union eingegliedert, sondern blieb unter Oberaufsicht des Königs von Preußen selbstständig. 1867 wurde in Wiesbaden ein Konsistorium gebildet, das neben den Nassauischen Territorien auch das lutherische hessische Hinterland umfasste sowie das ebenfalls an Preußen gelangte Hauptgebiet von Hessen-Homburg und damit dem preußischen Regierungsbezirk Wiesbaden ohne den Stadtkreis Frankfurt am Main entsprach. Die geistlichen Leiter der Kirche trugen nach dem Tod von Landesbischof Wilhelmi wieder den Titel General-Superrintendent und wurden auf Vorschlag eines Synodalausschusses vom preußischen König ernannt. 1878 erhielt Nassau eine Kirchenverfassung mit presbyterial-synodalen Elementen nach Vorbild der rheinisch-westfälischen Kirchenordnung von 1835. Nach Ende des landesherrlichen Kirchenregiments wurde die Kirchenverfassung so modifiziert, dass die landesherrliche Kirchengewalt nun vom Landeskirchentag die H. der Synode wahrgenommen wurde. Das bisher vom Wiesbadener Konsistorium verwaltete Kirchengebiet wurde zur Evangelischen Landeskirche in Nassau ihr geistlicher Leiterdruck seit 1922 wieder den Titel Landesbischof. 1933 wurde die Nassauische Landeskirche mit der Evangelischen Landeskirche Frankfurt am Main und der Evangelischen Landeskirche in Hessen vereinigt. Evangelische Landeskirche Frankfurt am Main, die ist die Landeskirche der früheren freien Stadt Frankfurt. In Frankfurt am Main wurde 1533 durch den Rat die Lutherische Reformation eingeführt. Nach 1554 fanden reformierte Glaubensflüchtlinge Aufnahme in der Stadt, auf die eine deutsch reformierte und eine französisch reformierte Gemeinde in Frankfurt zurückgehen. Trotz Repressalien des Lutherischen Rats und der Lutherischen Geistlichkeit blieben beide Gemeinden erhalten. Erst 1787 wurde ihnen die Abhaltung eigener Gottesdienste in ihren Bethäusern erlaubt, mit der Abdankung des letzten Kaisers des heiligen römischen Reichsdeutscher Nation 1806 und dem Ende der Freien Reichsstadt erhielten die reformierten und katholischen Konfessionen die volle Gleichestellung mit der Lutherischen Kirche. In den Jahren 1666 bis 1686 wirkte in Frankfurt der bedeutende Lutherische Pietist Philipp Jakob Späner. Als Senior stand er dem Predigerministerium der Stadt vor. 1675 verfasste er in Frankfurt seine Reformschrift Pia Desideria, die zu einer der maßgeblichen Programmschriften des Lutherischen Pietismus wurde. Nachdem es zur Bildung pietistisch-separatistischer Zirkel gekommen war, verließ Späner 1686 die Stadt. 1815 erhielt die freie Stadt Frankfurt ihre Souveränität zurück. Ihre Verfassung, die Konstitutionsergänzungsakte von 1816 unterstellte alle Kirchen dem städtischen Senat, der als Aufsichtsgremien 1817 ein Lutherisches Konsistorium und 1820 auch ein reformiertes Konsistorium bildete. Die Besoldung der zwölf Lutherischen Geistlichen sowie den Unterhalt der sechs evangelischen Kirchen und der kirchlichen Schulen regelte der 1830. Er las seine Dotationsvertrag. 1848 fand in Frankfurt die Frankfurter Nationalversammlung statt. Die Kirche hatte dafür die Paulskirche zur Verfügung gestellt. In der Folge der Paulskirchenversammlung wurde in Frankfurt die allgemeine Religionsfreiheit hergestellt. Binnen kurzer Zeit gründeten sich eine katholisch-apostolische, eine baptistische, eine methodistische sowie eine altlutherische Gemeinde. 1866 verlor Frankfurt seine Unabhängigkeit und fiel an Preußen. In längeren Verhandlungen konnte die kirchliche Unabhängigkeit weitgehend sichergestellt werden. 1899 bekam Frankfurt eine Kirchenverfassung. In deren folgte die lutherischen und die beiden reformierten Gemeinden erstmals durch ein gemeinsames königliches Konsistorium verwaltet worden. Ohne dass es zu einer Bekenntnisunion kam. Auch bei der Anpassung der Kirchenverfassung nach Wegfall des preußischen Kirchenregiments gab es keine konfessionelle Union. Die Frankfurter Kirchengemeinden bildeten nun eine eigene Landeskirche unter der Bezeichnung Evangelische Landeskirche in Frankfurt am Main. Aufgrund der zahlreichen Eingemeindungen seit 1895 deckte das Gebiet der Landeskirche nur einen Teil des Stadtgebietes ab. 1928 kamen mit Übertragung des Kirchenkreises Bockenheim von der Evangelischen Kirche in Hessen-Kassel an die Evangelische Kirche in Frankfurt auch. Unierte Gemeinden zur Landeskirche 1929 bildeten die lutherischen Unierten und die beiden reformierten Gemeinden eine Finanz- und Verwaltungsunion. Bei der Frankfurter Konstruktion einer Verwaltungsunion bei weitgehenden Rechten der konfessionellen Einzelgemeinden konnte es keinen gemeinsamen geistlichen Leiter der Landeskirche geben. Die Repräsentation der Landeskirche nach außen nahm der Präsident der Landeskirchenversammlung. Ha! Der Frankfurter Synode war. Von 1925 bis 1932 hatte die Richard Schulin diese Funktion inne. Große Außenwirkung erzielte auch sein Stellvertreter, Landeskirchenrat Johannes Kübel. 1933 vereinigte sich die Landeskirche Frankfurt mit der Evangelischen Landeskirche in Nassau und der Evangelischen Landeskirche in Hessen. Leitung und Verwaltung der Landeskirche Kirchenpräsidentorgane der EKHN sind die Kirchensynode, die Kirchenleitung und der Kirchenpräsident, der von der Landessynode auf acht Jahre gewählt wird. In der Regel soll der Kirchenpräsident mit der Vollendung seines 65. Lebensjahres in den Ruhestand eintreten. 1947 bis 1964 Martin Niemöller 1964 bis 1968 Wolfgang Sacker 1969 bis 1985 Helmut Hild 1985 bis 1992 Helmut Spengler 1993 bis 2008 Peter Steinacker 2009 bis 2017 Volker Jung Am 27. September 2008 wurde für die Amtsperiode 2009 bis 2017 der Vogelsberger Dekan Volker Jung gewählt. Er setzte sich im zweiten Wahlgang mit 80 zu 74 Stimmen gegen den Wiesbadener Propstigordring durch. Er trat sein Amt am 1. Januar 2009 an. Der Kirchenpräsident hat seinen Amtssitz in Darmstadt in der Kirchenverwaltung der EKHN. Er ist Vorsitzender der Kirchenleitung, die ferner aus der Stellvertreterin des Kirchenpräsidenten, Ulrike Schärf, den Prübsten. Dem Leiter der Kirchenverwaltung seit 2010 Oberkirchenrat Heinz Thomas Striegler. Zwei Mitgliedern des Kirchensynodalvorstands und zwei bis vier von der Synode gewählten Gemeindegliedern sowie den drei Dezernenten der Kirchenverwaltung besteht. Die Kirchenleitung vertritt und verwaltet die Kirche im Auftrag der Kirchensynode und führt deren Beschlüsse aus. Dazu kann sie Rechts- und Verwaltungsverordnungen erlassen. Außerdem führt die Kirchenleitung die Aufsicht über die kirchlichen Körperschaften und deren Mitarbeiter. Das leitende Geistliche Amt als kollektives Bischofsamt eine Besonderheit der EKHN wurde mit der von der Kirchensynode im Februar 2010 beschlossenen Neufassung der Kirchenordnung abgeschafft. Kirchensynode Das Kirchenparlament der EKHN ist die Kirchensynode. Deren Mitglieder, 153 Synodalen, werden von den Dekanats-Synodalen gewählt, zehn davon von der Kirchenleitung berufen. Sie tagt zwei bis dreimal im Jahr, in der Regel in Frankfurt am Main. Sie ist maßgebend für die geistliche Leitung und kirchliche Ordnung der Gesamtkirche und vertritt grundsätzlich auch die Kirche nach außen. Sie entscheidet in wesentlichen theologischen, rechtlichen, finanziellen und personellen Angelegenheiten von gesamtkirchlicher Bedeutung. Leitungsgremium der Kirchensynode ist der Kirchensynodalvorstand, dessen Vorsitzender der Präses ist. Seit 27. Mai 2010 hat Ulrich Hülschläger dieses Amt inne. Vorgänger waren unter anderem Hans Wilhelmi und Otto Rudolf Kissel und Karl Heinrich Schäfer. In der Verwaltungshierarchie ist die Landeskirche von unten nach oben wie folgt aufgebaut. An der Basis stehen die Kirchengemeinde als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit gewählten Kirchenvorständen und den Pfarrern. Mehrere Kirchengemeinden bilden zusammen ein Dekanat, an dessen Spitze ein Dekan steht. Die Dekanate sind ebenfalls Körperschaften des öffentlichen Rechts und haben als Gremium die Dekanatsynode mit einem Dekanatsynodalvorstand. Die Mitglieder der Dekanatsynode werden von den jeweiligen Kirchenvorständen der Kirchengemeinden gewählt. Mehrere Dekanate bilden zusammen einen geistlichen Visitationsbezirk, dem jedoch keine weiteren Verwaltungsfunktionen zugeordnet sind. Die sechs Pruppsteien werden von je einem Pruppst geleitet. Ursprünglich gab es in der EKHN sieben Pruppsteien. 2000 wurden die damaligen Pruppsteien Nordstarkenburg mit Sitz in Offenbach und Frankfurt zur neuen Pruppsteie Rhein-Main mit Sitz Frankfurt am Main. Zusammengelegt. Darüber hinaus bestehen weiterhin die Pruppsteien Nordnassau mit Sitz in Herborn, Oberhessen mit Sitz in Gießen, Ein-Hessen mit Sitz in Mainz, Starkenburg mit Sitz in Darmstadt und Süd-Nassau mit Sitz in Wiesbaden. Die sechs Pruppsteien gliedern sich in insgesamt 44 Dekanate. Ursprünglich gab es ein und 60 Dekanate, von denen einige mit dem Inkrafttreten des von der Herbstsynode 2000 beschlossenen Dekanatsstrukturgesetzes zusammengelegt bzw. neu gegliedert wurden. Zum 1. Januar 2014 schlossen sich die vier Frankfurter Dekanate zu einem gemeinsamen Stadtdekanat zusammen. Weitere Neuordnungen der Dekanate hat die Kirchensynode im November 2013 beschlossen, um die Zahl der Dekanate mittelfristig auf 25 zu reduzieren. Zum 1. Januar 2016 werden die Dekanate Biedenkopf und Gladenbach, Dillenburg und Herborn, Dietz, Nassau und Sankt, Goashausen, Bad Schwalbach und Itzstein, Büdingen, Nieder und Schotten sowie Großgerau und Rüsselsheim. Zum 1. Januar 2019 folgt die Vereinigung der Dekanate Bad Marienberg und Seltas, Runkel und Weilburg, Grünberg, Hungen und Kirchberg, Alsfeld und Vogelsberg, Darmstadt, Land und Darmstadt, Stadt Dreieich und Rotgau, Ingelheim und Oppenheim sowie Alzey und Wölstein. Die Dekanate Offenbach und Ried werden zum 1. Januar 2019 aufgelöst, die Gemeinden des Dekanats Ried werden in die Dekanate Großgerau-Rüsselsheim und Bergstraße eingegliedert. Die Offenbacher Gemeinden in das Stadtdekanat Frankfurt. Die 1168 Kirchengemeinden bilden derzeit 44 Dekanate. Ihre Zahl veränderte sich über die Jahre erheblich. Bis in die 70er Jahre stieg sie, vor allem in den Städten, durch Teilung oder neue Richtung von Kirchengemeinden an. Seit etwa 1990 schließen sich Gemeinden zunehmend wieder zusammen. Hierdurch soll erreicht werden, dass auch in Zeiten zurückgehender Gemeindegliederzahlen und rückläufiger Zuweisungen aus Kirchensteuermitteln die Handlungsfähigkeit beibehalten. Bleibt. Zentren Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat fünf Zentren und ein Institut eingerichtet, die der Förderung der inhaltlichen Arbeit der kirchlichen Arbeitsgebieten und Handlungsfelder dienen. Die Zentren unterstützen und beraten die Kirchenleitung, die Dekanate und Kirchengemeinden. Sie erstellen Arbeitsmaterialien und Expertisen. Die Zentren gehören zum Dezernat 1 Kirchliche Dienste der Kirchenverwaltung, Institut für Personalberatung und Supervision Friedberg, Zentrum Seelsorge und Beratung Friedberg, Zentrum Bildung der EKHN Darmstadt, Zentrum Ökumene Frankfurt, Zentrum Verkündigung der EKHN Frankfurt.